ja hallo und zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit dem man sofort neben mir hallo und mit mir so jetzt haben wir hier ja jetzt noch mit also hier haben wir den großen lauf ranger frozen raven frozen ja die backpacks dazu waren hier diese drei so ergeben wir mal in den heutigen item shop mal da mal hier was mir auffällt seht ihr dass hier da in diesem raufschlitz selbstverständlich schon mal die hat wahrscheinlich darunter strapse so prinzessin glimmer mit straps die straps prinzessin auch die strapse so da hinten sogar handgranaten und munition hier überall munitions gut geil so also du gibst ja was also ich gebe der 7 von 10 diese picke ist ultimativst geil 10 von 10 9 von 10 sieht echt cool aus diese partikel sind geil ne so und dann kommen wir hier zu einem ja sieht schon cool aus das ding ne also das ist halt eher was für die prinzessin ne also das mega geil definitiv definitiv also bin ich bin ich ja selbstverständlich ich meine das ist guckt ihr mal das ding an das ist schon mega geil also ich gebe dem sogar 9 von 10 auch wenn ich es jetzt persönlich nicht haben möchte auch diese partie schön aber nicht jetzt nicht haben möchte weil wie gesagt das ist mir jetzt zu feminin so dann wären wir hier auch schon durch den campus hat man ja schon gehabt und ich habe mir das geholt aber leute ich muss ganz ehrlich sagen von vorne sieht das ding geil aus ne ich bin allerdings ein klein wenig enttäuscht von dem campus weil guckt euch mal das an von hinten sieht das irgendwie ziemlich scheiße aus ja weil es von hinten kacke aussieht also da habe ich wirklich ganz ehrlich ich meine ich möchte ja auch was also dass sie beim drachen sieht von hinten besser aus ja und er sieht aber von hinten besser aus auch der delorean sieht von hinten besser aus und hier sehe ich einen nebelarsch ja guck dir das an mehr sehe ich nicht dahinten da wippt irgendwie ein geweih und dann habe ich hier nebelarsch direkt vor der nase und das war es und das stört nicht also von hinten sieht er nicht schön aus so von der seite geil von vorne geil und dann kommt der arsch scheiße also naja gut also denn wie gesagt hatten wir gestern schon hier sind wir jetzt bei mary marauder hatten wir auch schon alles bewertet ja was denn wieso die sind noch nie ganz davon gewesen und cookie cutter so dann kommen wir zu den daily items hier die candy ads ich gebe dir 8 von 10 dann hier mit der rap ja da doch mal ich mag das eigentlich für das ich mag das eigentlich für das ich mag das eigentlich für das ich mag das wirklich ich mag das auch nicht ok dann haben wir den red no stranger 2 von 10 was ja der sieht doof aus aber also ich gebe dem immerhin so und dann haben wir einen neuen ist das witzig ist das witzig was gibst du dem mega witzig also muss man noch mal angucken ist das geil gemacht ja cool ja wenn euch das heutige video gefallen hat dann lass mal einen daumen also wenn es euch ballert damit ihr auch der eine der neselt da rum der andere der geht hier oben was ist denn das ist eine scheiße hier wieder also unglaublich jetzt auf sofort und gleich nicht versagen tiger fragen so also wenn es euch ballert erstmal einen daumen nach oben da ich schmottet hier am besten einfach ganz schnell ab das hast du immer von zwei minuten schon gesagt moderier einfach ab also ich glaube das ist das beste was ich jetzt machen kann also machts gut tschüss tschüss haha